Herzlich Willkommen zu Reaktion 247 von Streamclips Germany, jubi! Einmal alle Hallo YouTube sagen, Hallo YouTube! Hallo! Hi! Hallo YouTube! Ich freu mich sehr auf dieses... Sorry, ich bin ein bisschen... Wenn man sich sehen kann, ich mach ein bisschen Sport und es tut mir gar nicht gut, dieses Sport. Ja, deswegen tut mir leid. Das machen wir jetzt gerade hier, diese Reaktion in einer Sportwoche nach dem vierten Tag Sport. Und ich bin einfach nur fertig, deswegen kühlen wir uns jetzt ab. Ich trinke und gucke mir jetzt Streamclips Germany zusammen mit dem Chat an. Let's go! Kennst du schon den schönsten Ort, das beste aller deutschen Streamer? Dann hab ich einen Tipp für dich, schau die Twitchclips Germany! Aber wie es korrigiert wurde, oh wie geil! Warte, 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 warte. Wo ist es? Das ist so ein süßes Lied! Streamclips! 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 Unterfuck! Streamclips! Kennst du schon den Schlip für dich, schau die Twitchclips Germany! Merken Leute, Streamclips Germany! Warte! Oh, oh, was kommt da? Europe, okay, ja, ist richtig, aber nicht das, was ich wollte. Warte! Ähm... Ich bin auch klein hier! Oh! Germany! Da haben wir's! Germany! Germany! Bier! 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 Wurst! Bratwurst! Rätsel! Bier! Oktoberfest! Bier! Bier! Jetzt bin ich mal gespannt! Okay, aus Neugier, Germany Twitter! Ach! Oh! So close! Unexpected! Ich hab alles erwartet und nicht auf! Schlepp noch! Aber noch ein! Und noch ein! Und noch ein! Und noch ein! Oh, never mind! Ich glaub, das kann jetzt die ganze Zeit! Mich überfordern Dörfer und Kleinstädter enorm! Weil, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie überfordernd das für Großstadtkinder ist, wenn sie in einem Dorf sind und sie laufen eine Straße runter und da kommt eine komplett fremde Person entgegen und diese völlig fremde Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, begrüßt mich. Da setzt mein Kopf aus. Das überfordert mich. Ja, das Geld, das Geld habe ich, das Geld habe ich wirklich in so einem Depri... Da war ich auch dabei. Depri... 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 Ein depri... Ein depri... 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 Ist das ein i oder ein... Ey, warte... Depri... Dem, dem, dem Fähnein Vibrator, ich habe mir einen fetten Vibrator auf Eisdäge gekauft, wisst ihr was, das ist leichter zu erklären. Ja, na doch, das ist auch super. Lass aus jetzt. Alles klar gut. Was passiert da? Moment, ich brauche mal ein bisschen dafür. Oh, das ist von Kung Fu Panda. Ich kriege das nicht aufgehoben. Das ist nicht mehr von Kung Fu Panda, oder? In die Schaufel in die Hand. Oh, da ist schon einer weg. Seht ihr nichts. Jetzt fliegen alle Leute hier runter, okay. Ist hier noch jemand? Ach so. Ich habe schon gewonnen. So geht das. Jetzt gewonnen, wie cool. Liebe Bewohner von Rust-A-Lot. Was ist das? Keine lange Rede vorbereitet wie der Meister. Arbeit. Sorry, sorry. Da war gerade, da war gerade wieder mein Fangirl. Oh, shit. Äh, ihr habt nichts gehört. Ich habe Rust-A-Lot gesagt. Oh, fuck. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Besten Handy klingelt. Was? Ja, bitte. Wait, wieso ist da unten? Was ist das da? Unten rechts ist so ein Grabstein mit Tridscripts Germany irgendwie. Ach so, das ist das Logo von YouTube. Oh, mein Gott. Ich war so, hä? Wieso hat der einen Grabstein neben sich? Mit der Zahl 122 drauf? Und dem Tridscripts Germany-Logo? Was passiert denn da? Sorry, sorry. Jetzt habe ich den Clip gar nicht gesehen. Ja, bitte. Oh, Feuer. Oh, Feuer. In Drasse. Das war irgendwer vom Chat. Wie unfair. Oh, nein. Oh, nein. Das sind diese Tangas. Immer diese Tangas. Ich freue mich da auch mal. Munizieren nehmen alle auf. Ich will nicht sterben, ich bin zu jung. Nein. Ich bin aus deinem Kopf auch voll. Es tut mir so leid. Man baut auch den Lego AT-AT auch nicht wieder auseinander. Das ist doch, das ist doch eine blöde. Was ist denn das für ein Vergleich? Guck mal, ein Hase. Zeig dir mal, wie ich ein Lego AT-AT auseinanderbaue. Oh, nein. Das sollte ein Scherz sein. Oh, nein. Das ist so ein Urlaub, ey. No fucking way. Leuchern Sie das Nest jetzt mit einer Gartenhäuser. Was ist das für ein Game? Hält einfach das Spiel. Natürlich, wo kriege ich denn eine Granate her? Mit G, oder? Nein, okay. Ach, ich kriege die auch hier aus dem... Oh, das ist aber nett. Bis ihr hier alles so parat habt und so. So, was haben wir da? Mach es. Granate. Wirf es. Vielleicht darf ich die... Nein, was machst du denn? So, wir müssen Aufträge erledigen. Also dieses Ding hier oben. Ja, ja. Man muss immer links oben irgendwas tun. Und dann ploppt immer auf hier... Hö, hö, hö. Irgendeine eigene... Darf ich da jetzt bitte klicken? Hö, hö, hö. Spiel. Nein! Oh mein Gott. Ich weiß jetzt, was er meint. Das ist so nervig. Kann ich hier nochmal in die Einsch... Ich würde das gerne lauter machen. Was hat sie da gerade lauter gemacht? Was hat sie da gerade lauter gemacht? Ist das Twitch? Ist das auf Twitch? Oder ist das... was anderes? Oh mein Gott. So viel Power? Oh mein Gott. Ich möchte bitte die Empfehlung... Ich schwöre, mein Gott. Den habe ich auch. Den habe ich auch, Leute. Ist ja gut. Nice. Es ist der Controller. Oh, den habe ich doch nicht. Aber mein. Ich habe gestern die Liebe gefunden. Und du hast deine neue Mutter. Oh. Juhu. Auf Gott, deinen Fall. Auf das Königshaus. Auf jeden Fall. Auf. Und wenn du irgendetwas tun solltest, was auch nur ansatzweise... Ich dachte schon, Marco, ja. ... diese Vermählung behindern könnte, dann kann ich mir gar nichts garantieren, Prinzessin, hin oder her. Aber... Wie trinkst du durch den Bienenanzug? Na so? Ein Anzug? Hä? Wie hat sie das gemacht? Mit? Ist das ein Zaubertrick? Oder bin ich gerade blöd? Vorne ist offen. Oh, ich dachte, sie hat das gezogen, das Netz. Oh mein Gott. Ihr habt es nicht gezeigt. Ein paar Zimmermeer haben geguckt von innen. Wow. Was macht er beruflich? Äh, Alter, ich muss ihn mir nochmal angucken. Er macht beruflich, ähm... Ähm... Aktien. Ja. Aktien. Ähm... Aktien sammeln. Und... Diese Aktien verteilt er dann. ... geguckt von innen. Wow. Das... Was macht er beruflich? Das scha... Hä? Hä? Hä, willst du mich verarschen, Alter? Das ist einer der deutschen... Berühmtesten deutschen... Jan-Josef Liefers, Mann. Das Jan-Josef... Oh, lol. Ich schwöre dir, mit der Brille habe ich ihn nicht erkannt. Hä? Oh, ja, den kenne ich. Oh, der pappt persönlich. Wow! Mein Fels! Direkt in die Weissteine. Mein Fels, lossteh sie da! Nein, lass dich doch nicht so töten. Nein! Lass ihn... Wo soll ich Platz nehmen? Nicht dich anzufassen. Auf dem Boden. Oh, Rastelaut wieder. Auf dem Boden. Ich würde euch ja meinen Stuhl anbieten, aber wissen Sie, ein alter Mann ist kein D-Zug. Das ist ein Zug. Ähm... Eure Hose? Ich war vorher, ich war vorher die Hose. Ihr seid nicht, der Maester. Aber natürlich... Ich kenne das Gemächt des Maesters. Und das, was ihr dort runtertragt, ist nicht seins. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Selbstverständlich. Das muss ein Missgeschick sein. I got so good at being untrue. I got so good at being untrue. I got so good at telling you what you wanna hear. I disassociate. Disappear. Yeah, yeah, yeah. So far beyond. Difficult to resist another goal. Yeah, I know it's poison. You're feeding me poison. Poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow up. Poison. I made my choice and then there's no tomorrow. Ohoho. 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 Das ist so scheiße. Immer wenn ich gut liege, dann werde ich gefickt von irgendjemandem. Von mir, von mir, von mir. Von mir, von mir, von mir. Von mir, von mir, von mir, von mir. Sorry. Ich gebe komische Geräusche von mir. Nicht wahr? Ich weiß nicht. Weiß nicht. nur 50 wollte ich nur an das ist doch die kamerahaltung kaputt alles kaputt sind noch nie aggressiv gesehen das super und jetzt auf dich raffi bevor ich es wieder vergesst zum wohl auf dich und mr pink danke für deinen follow herzlich willkommen ach du scheiße habe ich aus diesem wasser getrunken wo ich gerade die ganze mein pinsel ausgespült habe ich denke gerade was schmeckt denn da so komisch schmeckt farbe kann man farbe essen jetzt will ich es probieren jetzt will ich es probieren jetzt ist irgendwo nur einmal ich frage mich ob wenn ich farbe wenn ich farbe in meinem mund habe färbt sich da mein mund so wie mit so blauen eis und mit so kratzeis kennt die kratzeisblaue ist kratzeis wo der ganze mund dann richtig blau wird und wenn man dann farbe trinkt wird der ganze mund dann auch blau schmeckt super mach ruhig okay ich schicke dir dann die rechnung okay vom krankenhaus versuch ja willst du dich da ich will hallo klempi hallo ich überlege gerade ich würde gerne ich würde gerne oh gangster ähm yeah no gangster today ich überlege gerade ich möchte gerne ich möchte gerne farbe probieren ich möchte ich habe noch nie farbe probiert klar habe ich schon mal ein bisschen was gemalt so so ein kunstunterricht so pinsel zack zack ich habe noch nie noch nie farbe probiert und das 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 kann ja kann ja gar nicht das ist ja bunt das muss ja gut schmecken oder alles was bunt ist schmeckt gut oder oder doch 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 auf wasserbasis das mache ich das mache ich und dann probiere ich farbe doch das will ich machen actually ich will alles probieren dankeschön dankeschön lief's auch ich habe mir das nicht ausgedacht aber man sieht dass das perfekt zu mir passt dieses programm ja okay das programm ist abgeschmiert oh nein das ist geklaut ist kunst das ist ja geklaut das programm ist abgeschmiert ist geklaut wer klaut denn da warte ich kann die ich kann die kunstwerke ist die mona lisa das ist die frau mit sasblick so heißt sie im original guck nach ok von leonardo dicaprio leonardo da vinci und das hier dieses kunstwerk heißt polnische hausfrau ja und mein opa mal gemalt er war mal künstler das wisst ihr nicht aber jetzt wisst ihr also hier an dem was was warum bin ich mit dem maus er musste jetzt auch reden mit micky maus scheiße ich möchte mal ein stream machen wo ihr mir vorschläge geben könnt und ihr voice acten dann ok chat und ihr voice acten dann so richtig ja und dann müsst ihr mir bitte 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 so voice lines geben und dann muss ich irgendwie so fucking micky maus oder so machen ich kann das nicht aber ich muss das üben ich kann das nicht aber ich muss das üben oh junge oh junge oh junge oh junge oh 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 junge oh junge ich brauche glaube ich finde er muss mir das teachen ja gruselig aus die mona schmierer bis dann zu einem punkt ja kein toll ja mein könig nur mehr kokok reiten kokok ich will kann ich will nicht es gibt nichts das ich lieber tun würde als oh den würde ich reiten den kok würde ich reiten actually doch den würde ich den würde ich reiten doch den königlichen kokok zu reiten den königlichen mit ihrem benutzen finger oh 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 einfach Rastalot spielen, einfach nur, um so ein Hühnchen zu reiten. In welchem anderen Gang kannst du das machen? Ich weiß es nicht. Ist ja genial. Hast du die Reaktion gesehen? Ja. Alter, war die geil, oder? Die war richtig gut. Insane. Oh, hello. What's you doing? Na? What's you doing? Ich komm nicht ran. Komm nicht ran. Wieso komm ich da nicht ran? Wieso? Ich weiß es nicht. Wieso gehen wir rein in das Ding? Was pieselt da? Vielleicht gibt es eine Tür. Wieso komm ich denn da nicht ran? Wo ist das Ding überhaupt? In den Eingang, du Nuss. Ist hier ein Eingang? Oh, no. Ich hab nichts gesagt. Da kann man sogar reingehen und an den Computer das wäre so echt. Das wäre so ein Lost Moment von mir auch so. Aber das erinnert mich an die Story, wo ich einen Jochen mal mitten in der Nacht wachgemacht hab und geschrien hab. Den Jochen? Ist das ein Synonym oder heißt eine Person Jochen? Ich mag Titten. Okay. Das Text ist so wild. Ich mag Titten. Mögt ihr Titten? Und das ist voll krass, weil da ist irgendwelche Öle drin, so ätherische. Man spürt sich das in die Nase und man hat das Gefühl, der ganze Kopf ist eine Höhle, die ist so leer wie... Das klingt nach Drogen. Das klingt nach Drogen. Ich weiß nicht, was ätherische Öle sind. Ich hab schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Und das klingt nach Drogen. Eine Höhle? Ja, ja, doch, doch. Geiles Zitat. Wir können sie wieder überzeugen. Let's go. Oh, ich bin auf die Story. Oh, eine Fünf? Das schaffen wir. Easy. Easy schaffen wir das. Let's go. Fünf, 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 fünf. Oh, das gibt es... Pfff, was? Never mind. Doch kein Bärensex. Ich hab früher mal meine Chicken Nuggets immer, also bis ich so 20 war oder so, ach 18, sagen wir mal 18, 19, ich hab immer erst die Panade so abgemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Psycho, ein Psycho, ein Psycho ist hier. Laufet, so laufet. Jetzt kommt's. Ich hab die Panade aber so hingelegt. Oft, also, ich hab die aufge... Also, ich hab das so ein... Ich hab Panadenhaufen gemacht. Und dann hab ich nur das Fleisch gegessen, dieses neun Stück, immer so in die Soßen rein und dann hatte ich das Beste zum Schluss nur die Panade und hab ich die immer so gegessen. Das ist so ekelhaft. Nein, nein, nicht satt gerade die richtige. Nur, nur weil ich, nur weil ich manchmal meine Croissants schäle und dann die Schale esse und dann das Weiche. Das ist ja komplett was anderes. Nein, ihr könnt mich nicht vergleichen mit diesem Chicken Nuggets-Schäler. Wartet mal, wartet mal. Nein. Und zwar, was er macht ist, er macht einfach diesen Chicken Nugget nackt. Der macht den nackig und dann isst er dieses, dieses, dieses komische Fleisch da und isst dann die Panade? Das ist ja... Nee, das ist nicht das... Nee, das ist nicht das Gleiche. Ich diskutier da nicht. Das ist Psycho und ich nicht. Ich schluss. Dieser Kuchen auch. Der jumpscareer. War das bei mir? Ich dachte, das wäre bei ihm. Ist das bei mir? Das ist bei mir. Dwarf... Mensch... Nee. Achso, darf man's sagen? Ja, klar. Ich dachte, ich soll ein Spiel eingeben. Ich verstehe das Konzept nicht. Gäste, was? Gäste, Gäste, Spiel eingeben. Okay. Das sieht absolut nicht falsch aus. Wir spielen ja morgen Beat Saber in der Chat. Wir spielen morgen Beat Saber. Wie wär's mit Beat Saber, aber mit Würsten. Geil. Twitch, bitte bann mich nicht. Ich wiggel, ich wiggel nur meine Wurst. Das sieht so aus. Ich wiggel doch nur meine Wurst. Bitte, bitte bann mich nicht, Twitch. Dankeschön. Es ist nur ne, es ist nur ne Wurst, okay? I didn't do anything. Was für ne Wurst? Es ist richtig, aber es klingt nicht richtig. Luftfolsterfolie. Das ist ein komisches Wort. Luftfolsterfolie. Ähm, wo war ich? Stimmt, ich würde es ja nie am liebsten in Luftfolsterfolie einpacken, ähm, weil ich Angst habe, dass sie so Luftfolie vor mir Luft, Luftphobie. Luftfall, Luftfall, Luftphobie. Sonst einfach atmet. Wenn man einfach atmet, seht ihr, seht ihr, das ist wirklich Luftpum- Luftphobie. Oh mein Gott. Sie sieht immer gleich aus. Sie macht immer die gleiche Pose. So ein NPC, ey. Das muss sie jetzt für immer machen. Ich bringe euch jetzt bei, wie man mit Stäbchen ist. Okay. Also man hat hier immer, also eigentlich ne, nämlich immer die Finger so einer oben. Ich will das ausprobieren. Der Mittelfinger ist zwischendrin und der andere Held hält unten. Also Wisst ihr, was ich meine? Also ihr nehmt die drei Finger und die kommen so halt zwischen rein, ne? Und dann ist der hier unten fest und der hier oben beweglich. Das heißt, der hier unten bleibt immer hart. Ich fühle mich wie so eine Fliege, die so gefangen wurde mit so Stäbchen. Scheiße! Es sind nur Stäbchen, Leute. Oh nein, ich wollte nicht das Tier abschießen. Ich wollte den Bär da treffen. Lass sie mich aus wie ein Tier. Oh. Meine Zunge drehen. Das ist der Nachteil, wenn ich keine Cam habe. Ich muss mich kurz angucken. Ich kann es nicht so viel. Ich kann es nicht so viel. Ich kann nur ein bisschen. Außerdem Dankeschön an Dan für 66 Monate. Der hatte gerade sein Zehneinhalbjähriges. Nee. Zehn? Zehn? Wie viele Monate hatten ja? Werden. Zwölf. Was? Oh. Interesting. Cash, money. Cash, cash, money. Cash, cash, money. Warte mal. Was? Warte mal. Musste ich ihm 90 Cent wiedergeben? Oder musste ich ihm... 9... Leute, ich habe gerade verkackt. Oh mein Gott, wie geil! Wie Bro... Wie Bro's Eis, Mick? Ja, you know, you know what. You know what. Ein wie Bro's Eis, Mick. Was ist das? Wie... Ich weiß auch nicht, wann es mal... Fieb... Wie... Bro... Seismic? Was? Was ist denn das für ein Game? Was sieht ja cool aus? Gesundheit! Nein! Gesundheit! Du kannst auch gerne... Wie Bro's Eis, Mick? Was ist denn wie Bro's Eis, Mick? Ich kann dir gerne mal ein bisschen mit meinen Ballons spielen lassen. Oh mein Gott! Die war halt beim letzten Mal auch dabei. Also... Warte, das bin ich? Ich bin das! What the fuck? Du möchtest. Oh, ja! Yippie! Happy Birthday to you! Da war ich! Ich hab ihn nicht gesehen! Wo hoch? Shit! Was? 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 Und du bist sonst halt? Da fehlt Rot! Da! Ich hätte Kunstlehrerin werden können! Ich bin einfach so gut! Oh nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich bin nicht Kunstlehrerin! Bitte nicht! C-C-C-C-G! Stream Clips Germany! Wir gucken gerade Clips von Streamern! Oh meine Güte! Oh meine Güte! Oh nein! Das war eine scheiß Idee! Oh nein! Mein Rücken! Oh nein! Oh nein, der Rentner! Oh nein! Bitte helfen Sie, bitte helfen Sie dem Rentner. Bitte, ich hab... Oh Gott, was soll ich denn machen? Ich hab nichts. Hat irgendwer Krücken? Hat irgendwer Krücken für den Rentner? Irgendwer? Ja, ich hab grad nichts. Scheiße. Ja, das wird umbenannt. Sag's euch, ich mach eine Prediction. Ich krieg jetzt bestimmt irgendwie eine Kiste wieder oder sowas. Wenn ich jetzt recht hab, ich raste aus. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Safe. Oder? Warte. Das ist ne... Es war so klar. Dieses Spiel. Also wenn eins durchschaubar ist bei Uncharted, dann ist es das. Immer wenn es nicht weitergeht. Ah, wir hätten da so ne Kiste noch auf Rollen. Wir schauen einfach immer nur auf die Bubis. Ich auch. Was? Nein. Hä? Dann kommt mir nicht in die Tür. Was für eine Farbe hatten ihre Haare, Mie? Blau? Schwarz? Lila! Aber knapp, Leute. Knapp. Ich würd sagen knapp. Doch, doch. Ja? Ja? Vielleicht, wenn man's mischt? Was für... Ach so, okay. Oh! Oh! Lass mich! Lass mich, Heilerin! Ich bin durch! Die Heilerin, die kommt zur Hilfe! War mein PC über WLAN drin? Geht das? Das ist kein Laptop, das ist ein PC! Bin ich so alt? Früher gab's sowas nicht! WLAN... PC? Bei WLAN geht das? Fürs Handy, ja! WLAN fürs... fürs... fürs Tablet, ja! Aber WLAN für den ganzen PC? Dein Motherboard hat Onboard WiFi. Oh! Wait, das geht wirklich! Echt? Oh! Oh! Interesting! Und was ist der Vorteil? Ein Kabel ist ja immer besser, oder? Sowieso. Ehrlich? Sag mal! Schön, ich krieg's auch noch die Herz und... So cute! Warte... Sharingan! Oh mein Gott! Lass mich überlegen, ich glaub... Naruto! Sasuke! Sakura! Wie Nujutsu ist das irgendwie? Ich fühl mich wie Naruto, da mach ich hier so zack und dann zack und dann, und dann zack und dann, und dann mach ich hier hier so zack Sachen. Haben wir's mal besser, ne? Nicht mehr schwachen Moment, der nicht mehr Resignation... Ich bin schwach. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Und das ist eigentlich auch so, dass wenn ihr... Oh mein Gott! Also wenn ihr auf dem Klo sitzt, es unmöglich ist, Nummer zwei zu machen und dabei Nummer eins nicht zu machen. Ja... Es ist immer so, immer wenn Nummer 2 kommt, kommen auch ein paar Träppchen Nummer 1. Wißt du, ich meine? Aha. Gut durchgewürfelt. Oh, cool. Ich weiß, wofür das Loch ist. Wofür? Du konntest mich nicht allein lassen. Oder? Du konntest mich nicht allein lassen. Hä? Larry, 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 es ist nicht dein Freund aus der... Nein, hör auf, ich hab Angst, hör auf, ich hab Angst. High School. Auf der Welt. Aus der verfickten High School. Du hast gedacht, ich hätte ein gutes Ding nur laufen, ja? Bis du vorbeigekommen bist und alles ruiniert hat. Ich kann Träume. Ich grüße dich und darfst denn wirklich Albträume davon, wirklich. Das war mir zu viel. Das war mir zu viel. Aber es musste ihr auch gefallen, ja, also seine Schlauhe riecht gut, ja? Kennt ihr das, wenn die Zunge von... Wenn die... Wenn Zungen einfach so richtig geil riechen, dass man sie einfach überall haben... Ich hab noch nie einer Zunge gedacht, die riecht gut. Das war ein Riechen, die Zungen gut. Alter, zehn Schläge hab ich gebraucht. Oh, der ist schon gefallen. Und wie viele Zungen hast du denn schon gerochen? Tatsächlich rieche ich immer... Also, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Aber wenn meine... Wenn meine... Wenn ich meine Katze anhebe... So, dann miaut sie meistens so in mein Gesicht und dann... Rieche ich halt... So... Und dann riecht das halt immer nach Futter. Aber das riecht nicht gut. Nein, das kann ich dir noch mal vorlegen mit deinem Füßchen. So ein Stück. Also nicht zum Loch. Oh, das war... Oh, 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 oh. Kommt man da jemals drüber? Den Tod rieche ich bei meinen. Ich fände es jetzt irgendwie lustig, wenn er von hinten kommt schon. Ich fände es jetzt nicht so. Nein. Als ob das passiert ist... No. Oh, poor you. Einfach jetzt singen. Hoi. Oh, hey, oh, hi, yo, yo, yo. Was ist denn das hier? Yo, 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 wir sind Piraten, yo. Yo, yo, yo. Mein Brot. Ich hab den Anker nicht gesetzt. Nein. Nein. Was passiert denn jetzt? Einfach weg. Soll ich nicht so scharf, ne? Es kommt so, es kommt so, es kommt so, es kommt so, so langsam kommt die Schärfe raus. Klasse, man kann sich vor Ort nach so... Es sieht lecker aus irgendwie, vor allem diese ganzen Maultaschen da vorne. Tatsächlich. Ich war montags bei Elia live. Wo ist das? Wo ist der Fehler? Hä? Warum geht das? Das ist so wie Links- und Rechts-Schwäche. So, wetten. Wetten. Ki hat eine Links- und Rechts-Schwäche. Links-Rechs? Links- und Rechts-Schwäche? Sagt man das so? Ich wette. Das ist so ein Ding. Was hab ich falsch gemacht? Das ist so ein Ding. Ach doch. 6 und die 9. Hä? 69, 69. Wait. Doch mal. 6, 3. Wo ist das Problem? Hier sind halt auch keine... Sie führt den 69-Larn-Jocke. Deswegen müssen wir hier relativ schnell... Unsere Sicherheit bauen. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Oh Gott, ich mach das nicht genau. Und ich sag, egal welchen... Bei welchem Channel ihr gerade Streamclips Germany geguckt habt. Auf meinem eigenen... Oder was? Followen. Subscriben. Supporten. Wait. Kann ich bei mir followen? Und subscriben? Let's go. Oh, das war das Ende. Oh, das war so schade. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man auf YouTube guckt. Mann, ey. Ich hab gerade Skate auf YouTube. Thank you. Oh, ist der Kamera, Chloe. Yeah, yuppie. Dankeschön für die wundervolle Folge Streamclips Germany 247. Und ich würde sagen... Bye, bye YouTube. Bye, bye YouTube. Bye, 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 bye YouTube. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.